Guten Abend. Hallo! Hallo! Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen. Bitte folgen Sie mir. Bitte folgen Sie mir. Vielen Dank! Vielen Dank! Hier ist das Menü. Hier ist das Menü. Vielen Dank! Vielen Dank! Guten Appetit! Guten Appetit! Vielen Dank! Vielen Dank! Hier ist etwas Wasser. Hier ist etwas Wasser. Ich bin durstig. Ich bin sehr hungrig. Ich bin sehr hungrig. Essen Sie, was Sie wollen! Essen Sie, was Sie wollen! Essen Sie, was Sie wollen! Ich will etwas Süßes! Essen Sie zuerst etwas Fleisch! Essen Sie zuerst etwas Fleisch! Ich bin Ihr Kellner! Ich bin Ihr Kellner! Hallo! 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 Wollen Sie etwas zu trinken? Wollen Sie etwas zu trinken? Ein Bier bitte! Ein Bier bitte! Ein Bier bitte! Und für Sie? Ich möchte ein Glas Wein. Ich möchte ein Glas Wein. rot oder weiß weiß bitte Ich habe deine Gabel fallen lassen. Ich habe deine Gabel fallen lassen. Ich hole dir eine neue. Ich hole dir eine neue. Du bist ungeschickt. Du bist ungeschickt. Du bist ungeschickt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dieser Wein ist köstlich. Dieser Wein ist köstlich. Lass uns noch ein Glas trinken. Lass uns noch ein Glas trinken. Ich glaube, ich habe genug. Ich glaube, ich habe genug. Ich möchte noch eins. Ich möchte noch eins. Der erste Gang ist Salat. Der erste Gang ist Salat. Ich mag keinen Salat. Ich mag keinen Salat. Salat ist gut für dich. Salat ist gut für dich. Salat ist Nahrung für Kaninchen. Salat ist Nahrung für Kaninchen. Der zweite Gang ist Pasta. Der zweite Gang ist Pasta. Der zweite Gang ist Pasta. Ich mag Pasta. Pasta macht dich schnell. Pasta macht dich schnell. Pasta macht dich schnell. Das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos. Der dritte Gang ist Fleisch. Der dritte Gang ist Fleisch. Der dritte Gang ist Fleisch. Ich mag Fleisch am liebsten. Ich mag Fleisch am liebsten. Ich mag Fleisch am liebsten. Fleisch macht stark. Fleisch macht stark. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Iss deinen Teller auf. Iss deinen Teller auf. Ich schaffe all das Essen nicht. Ich schaffe all das Essen nicht. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Mein Magen ist voll. Mein Magen ist voll. Mein Magen ist voll. Wie macht man Pasta? Wie macht man Pasta? Wie macht man Pasta? Man kocht sie. 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 Für wie lange? Für wie lange? Für wie lange? Seit etwa 10 Minuten. Seit etwa 10 Minuten. Frische Teigwaren müssen zwei Minuten lang gekocht werden. Frische Teigwaren müssen zwei Minuten lang gekocht werden. Frische Teigwaren müssen zwei Minuten lang gekocht werden. Was passiert, wenn man es zu lange kocht? Was passiert, wenn man es zu lange kocht? Es wird zu weich. Es wird zu weich. Weiche Pasta ist nicht gut. Welche Soße wollen Sie? Welche Soße wollen Sie? Ich möchte Muschelsoße. Ich möchte Muschelsoße. Ich glaube nicht, dass Sie Muschelsoße haben. Dann nur Tomatensauce. Du isst das ganze Brot auf. Du isst das ganze Brot auf. Ich bin sehr hungrig. Ich bin sehr hungrig. Warte auf das richtige Essen. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich mag Brot und Butter wirklich. Ich mag Brot und Butter wirklich. Du wirst dir deinen Appetit verderben. Ich habe viel Appetit. Ich habe viel Appetit. Du wirst das Essen nicht schaffen. Du wirst das Essen nicht schaffen. Kann ich mehr Wasser haben? Kann ich mehr Wasser haben? Bitte schön. Bitte schön. Vielen Dank. Das Wasser ist sehr kalt. Nicht in die Eiswürfel beißen. Nicht in die Eiswürfel beißen. Ich mag den Klang. Ich mag den Klang. Es ist nicht gut für die Zähne. Es ist nicht gut für die Zähne. Meine Zähne sind sehr stark. Meine Zähne sind sehr stark. Was gibt es als Nachtisch? Was gibt es als Nachtisch? Schokoladenkuchen Ich will zwei Stücke haben. Ich will zwei Stücke haben. Du solltest nur eins essen. Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Ich möchte einen Tee? Ich möchte einen Tee. Welche Art von Tee? Pfefferminztee. 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 Ich möchte einen Espresso. Ich möchte einen Espresso. Doppelt oder einfach. Doppelt oder einfach? Doppelt bitte! Doppelt bitte! Doppelt, bitte! Das ist eine Menge Espresso. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Ich werde wie ein Baby schlafen. Ich werde wie ein Baby schlafen. Ich werde wie ein Baby schlafen. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Ich kann während eines Erdbebens schlafen. Ich kann während eines Erdbebens schlafen. Ich hätte gerne etwas Obst. Ich hätte gerne etwas Obst. Wir haben Erdbeeren und Orangen. Wir haben Erdbeeren und Orangen. Wir haben Erdbeeren und Orangen. Kann ich beides haben? Kann ich beides haben? Sie können beides haben. Sie können beides haben. Die Früchte sind für dich gesund. Die Früchte sind für dich gesund. Ich esse jeden Tag Früchte. Ich esse jeden Tag Früchte. Ich esse jeden Tag Früchte. Das ist eine gute Gewohnheit. Das ist eine gute Gewohnheit. Es ist wichtig, gut zu essen. Es ist wichtig, gut zu essen. Wenn man Sport treibt, muss man gut essen. Wenn man hart arbeitet, muss man gut essen. Wenn man hart arbeitet, muss man gut essen. Und viel Kaffee trinken. Und viel Kaffee trinken. Ich mag lieber Tee. Ich mag lieber Tee. Ich möchte etwas Tiramisu. Ich möchte etwas Tiramisu. Ich möchte etwas Tiramisu. Das ist ein italienischer Kuchen. 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 Da ist Kaffee drin. Da ist Kaffee drin. Da ist Kaffee drin. Da ist Kaffee drin. Möchten Sie etwas Suppe? Möchten Sie etwas Suppe? Suppe ist mein Favorit. Suppe ist mein Favorit. Wir haben Gemüsesuppe. Wir haben Gemüsesuppe. Wir haben Gemüsesuppe. Ich möchte eine große Schüssel, bitte. Ich möchte eine große Schüssel, bitte. Diese Suppe ist sehr salzig. Diese Suppe ist sehr salzig. Sie hat viel Geschmack. Sie hat viel Geschmack. Mit Karotten und Kartoffeln. Mit Karotten und Kartoffeln. Mit Karotten und Kartoffeln. Mit Karotten und Kartoffeln sind gut für die Gesundheit. Karotten und Kartoffeln sind gut für die Gesundheit. Ich will Fleisch zu essen. Ich will Fleisch zu essen. Ich will Fleisch zu essen. Es gibt ein Steak auf der Speisekarte. Es gibt ein Steak auf der Speisekarte. Wie groß ist es? Wie groß ist es? Es ist groß genug. Es ist groß genug. Können wir bitte die Rechnung haben? Können wir bitte die Rechnung haben? Können wir bitte die Rechnung haben? Sofort, mein Herr! Sofort, mein Herr! Was für eine gute Mahlzeit! Was für eine gute Mahlzeit! Wir kommen hierher zurück! Wir kommen hierher zurück! Das ist mein Lieblingsrestaurant! Das ist mein Lieblingsrestaurant! Wir kommen morgen zurück! Wir kommen morgen zurück! Wir kommen jeden Tag wieder! Wir kommen jeden Tag wieder! Wir kommen jeden Tag wieder! Es gibt viele gute Gerichte auf der Speisekarte! Es gibt viele gute Gerichte auf der Speisekarte! Wir haben vergessen Kaffee zu trinken! Wir haben vergessen Kaffee zu trinken! Wir können kurz kurz trocken! Wir können reden Kaffee losplzen! Kann ich die Brüsechne nicht zahlen! Ich hab erst Basilión an in Herrn Turnpunn angekommen! Wir können unseren Kaffee haben! Well, wir denken das ist alles, was für die Schwingsten her ist. Sofort, mein Herr! Dieses Messer ist nicht scharf. Dieses Messer ist nicht scharf. Ich werde Ihnen ein neues bringen. Ich werde Ihnen ein neues bringen. Es schneidet nicht gut. Es schneidet nicht gut. Der Kellner kommt gleich wieder. Der Kellner kommt gleich wieder. Der Kellner kommt gleich wieder. Lege die Serviette auf den Schoß. Lege die Serviette auf den Schoß. Ich will nicht. Ich will nicht. Es ist eine Sache der Höflichkeit. Ich will nicht höflich sein. Ich will nicht höflich sein. Du hast Essen im Gesicht. Du hast Essen im Gesicht. Wo ist meine Serviette? Wo ist meine Serviette? Es ist auf dem Schoß. 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 Ist das besser? Du hast immer noch Essen im Gesicht. Du hast immer noch Essen im Gesicht. Auf der anderen Seite unterhalb der Nase unterhalb der Nase Ich bin sehr unordentlich. Ich bin sehr unordentlich. Du hast die Serviette fallen lassen. Du hast die Serviette fallen lassen. Du hast die Serviette fallen lassen. Nimm eine vom anderen Tisch. Nimm eine vom anderen Tisch. Bitte den Kellner. Bitte den Kellner. Er bringt dir eine andere. Er bringt dir eine andere. Lass uns noch einen Drink haben. Lass uns noch einen Drink haben. Lass uns noch einen Drink haben. Ich möchte einen anderen Salat. Ich möchte einen anderen Salat. Ich möchte noch einen Drink. Ich möchte noch einen Drink. Du trinkst zu viel. Du trinkst zu viel. Lass uns Kaffee in der Bar nehmen. Lass uns Kaffee in der Bar nehmen. Neben dem Kamin? Neben dem Kamin? Wir können dort entspannen. Wir können dort entspannen. Wir können dort entspannen. Das Feuer wärmt uns auf. Das Feuer wärmt uns auf. Ich will Eis. Ich will Eis. Ich will Eis. Frage den Kellner. Frage den Kellner. Frage den Kellner. Wir haben Schokolade und Vanille und Erdbeere. Wir haben Schokolade und Vanille und Erdbeere. Ich möchte Erdbeere bitte. Du bist sehr höflich. Du bist sehr höflich. Du bist sehr höflich. Gute Manieren sind wichtig. Gute Manieren sind wichtig. Gute Tisch Manieren sind wichtig. Gute Tisch Manieren sind wichtig. Es ist schön höflich zu sein. Es ist schön, höflich zu sein. Ist der Fisch frisch? Der Fisch ist sehr frisch. Der Fisch ist sehr frisch. Ist es Lachs? Ich mag Sandmuscheln. Ich mag Sandmuscheln. Ich mag Miesmuscheln. 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 Ich mag Blasen. Ich mag Blasen. Ich trinke viel Wasser. Ich trinke viel Wasser. Ich trinke viel Wasser. Ich trinke viel Wasser. Ich mag Erfrischungsgetränke. Ich trinke eine Menge Erfrischungsgetränke. Ich trinke viel Wasser. Ich putze meine Zähne jeden Tag. Magst du italienisches Essen? Magst du italienisches Essen? italienisches Essen ist mein Favorit. italienisches Essen ist mein Favorit. Ich mag Pasta und Pizza. Ich mag Pasta und Pizza. Ich könnte Pasta und Pizza jeden Tag essen. Ich könnte Pasta und Pizza jeden Tag essen. Ich möchte eine Gemüsepizza. Ich möchte eine Gemüsepizza. Welche Art von Gemüse? Welche Art von Gemüse? Oliven sind Früchte? Oliven sind Früchte. Oliven sind Früchte. Welche Art von Pizza möchten Sie? Welche Art von Pizza möchten Sie? Gemüsepizza. 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 Das hört sich lecker an. Ich möchte Sardellen. Ich möchte Sardellen. Sardellen sind sehr salzig. Sardellen machen mich durstig. Sardellen machen mich durstig. Wir werden viel Wasser trinken. Haben wir Trinkgeld gelassen? Haben wir Trinkgeld gelassen? Man muss in Italien kein Trinkgeld lassen. Man muss in Italien kein Trinkgeld lassen. In Amerika muss man Trinkgeld lassen. In Amerika muss man Trinkgeld lassen. In Amerika muss man Trinkgeld lassen. Ist das Essen so gut wie in Amerika? Ist das Essen so gut wie in Amerika? Das Essen ist besser in Italien. Das Essen ist besser in Italien. Das Essen ist besser in Italien. Alles ist besser in Italien. Essen, Wein, Landschaft. Essen, Wein, Landschaft. Autos, Skifahren, Kaffee. Autos, Skifahren, Kaffee. Ich hätte gerne eine Tasse Tee. Ich möchte auch eine Tasse Tee. Kräutertee oder Pfefferminztee? Früchte Tee bitte. Ich will Kuchen zum Nachtisch. Ich will Kuchen zum Nachtisch. Ich will Kuchen zum Nachtisch. Ich will Kuchen zum Abendessen. Ich will Kuchen zum Abendessen. Ich will Kuchen zum Abendessen. Zuerst müssen wir gesunde Lebensmittel essen. Zuerst müssen wir gesunde Lebensmittel essen. Ich will Kuchen zum Abendessen. Ich will etwas Süßes. Ich will etwas Süßes. Sollen wir auf der Terrasse essen? Sollen wir auf der Terrasse essen? Das Wetter ist wunderschön. Das Wetter ist wunderschön. Ich will Kuchen zum Abendessen. Haben Sie einen Tisch auf der Terrasse? Haben Sie einen Tisch auf der Terrasse? Lass uns den Tisch in der Ecke nehmen. Lass uns den Tisch in der Ecke nehmen. Dies ist ein ruhiges Restaurant. Dies ist ein ruhiges Restaurant. Ich mag ruhige Restaurants. Ich mag ruhige Restaurants. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Und die Aussicht ist wunderschön. Und die Aussicht ist wunderschön. Wollen Sie frische Fruchtsäfte? Wollen Sie frische Fruchtsäfte? Welche Art von Früchten? Welche Art von Früchten? Welche Art von Früchten? Erdbeere und Ingwer. Das hört sich lecker an. Das hört sich lecker an. Wir haben Apfelstrudel zum Nachtisch. Wir haben Apfelstrudel zum Nachtisch. Wir haben Apfelstrudel zum Nachtisch. Mit Sahne? Mit Sahne? Mit Sahne? Mit Sahne oder Vanillesauce? Mit Sahne oder Vanillesauce? Ich möchte Sahne, bitte. Möchten Sie noch eine Tasse Tee? Möchten Sie noch eine Tasse Tee? Ja, bitte. Ja, bitte. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Wir sollten eine ganze Kanne Tee bestellen. Wir sollten eine ganze Kanne Tee bestellen. Ich werde heute Nacht gut schlafen. Du hast viele gegessen. Du hast viele gegessen. Ich mag es zu essen und zu schlafen. Du verdienst es. Du verdienst es. Diese Pizza hat Brokkoli drauf. Diese Pizza hat Brokkoli drauf. Diese Pizza hat Brokkoli drauf. Wie interessant! Wie interessant! Ich mag Brokkoli nicht. Ich mag Brokkoli nicht. Ich liebe Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Brokkoli ist gut für dein Gehirn. Brokkoli ist gut für dein Gehirn. Sind Früchte gut für das Gehirn? Sind Früchte gut für das Gehirn? Ich bin nicht schlau genug, das zu wissen. Ich bin nicht schlau genug, das zu wissen. Du solltest mehr Brokkoli essen. Du solltest mehr Brokkoli essen. Du solltest mehr Brokkoli essen. Was für eine köstliche Mahlzeit! Was für eine köstliche Mahlzeit! Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Die Rechnung bitte! Sie können an der Kasse bezahlen. Sie können an der Kasse bezahlen. Sie können an der Kasse bezahlen. Wo kann ich bezahlen? Wo kann ich bezahlen? An der Kasse. An der Kasse. An der Kasse. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Bei der Tür. Bei der Tür. Bei der Tür. Bei der Tür. Wo ist die Toilette? Bei der Tür. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Da drüben. Da drüben. Im Gang. Um die Ecke. Sie haben kein Huhn? Sie haben kein Huhn? Wir haben Brathähnchen. Wir haben Brathähnchen. Wir haben Brathähnchen. Was gibt es dazu? Was gibt es dazu? Was gibt es dazu? Gemüse. 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 Was ist die Suppe heute? Was ist die Suppe heute? Was ist die Suppe heute? Pilzcreme. Pilzcreme. Ich werde das nehmen. Ich werde das nehmen. Möchten Sie einen Teller oder eine Tasse? Möchten Sie einen Teller oder eine Tasse? Ich möchte einen großen Teller. Ich möchte einen großen Teller. Möchten Sie etwas Brot? Möchten Sie etwas Brot? Möchten Sie etwas Brot? Ja, bitte. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Was haben Sie heute im Angebot? Was haben Sie heute im Angebot? Meeresfrüchtepasta Meeresfrüchtepasta Das hört sich lecker an. Darf ich etwas Rotwein vorschlagen? Darf ich etwas Rotwein vorschlagen? Möchten Sie Tomaten? Möchten Sie Tomaten? Möchten Sie Tomaten? Ich liebe Tomaten. Ich mag Tomaten mit Olivenöl und Essig. Ich mag Tomaten mit Olivenöl und Essig. Ich mag Tomaten mit Olivenöl und Essig. Ich mag sie mit Käse in einem Salat. Ich möchte etwas Kartoffelsuppe. Ich möchte etwas Kartoffelsuppe. Ich sehe sie nicht auf der Speisekarte. Ich sehe sie nicht auf der Speisekarte. Frage den Kellner. Frage den Kellner. Bitte bestellen Sie einfach etwas von der Speisekarte. Bitte bestellen Sie einfach etwas von der Speisekarte. Ich mag es nicht die Speisekarte zu lesen. Du bist sehr faul. Es ist wahr. Du bist zu faul, um zu lesen. Du bist zu faul, um zu lesen. Ich rede lieber als zu lesen. Ich rede lieber als zu lesen. Ich kann den ganzen Tag reden. Du könntest den ganzen Tag und die ganze Nacht reden. Du könntest den ganzen Tag und die ganze Nacht reden. Es ist schön, mit netten Menschen zu sprechen. Es ist schön, mit netten Menschen zu sprechen. Ich würde etwas Brathähnchen haben. Ich würde etwas Brathähnchen haben. Ich habe dort ein Hühnchenrestaurant gesehen. Ich habe dort ein Hühnchenrestaurant gesehen. Gehen wir heute Abend hin? Gehen wir heute Abend hin? Gehen wir heute Abend hin? Ich bin schon hungrig. Ich bin schon hungrig. Ich brauche eine Gabel. Ich brauche eine Gabel. Fehlt die Gabel? Fehlt die Gabel? Nimm eine von einem anderen Tisch. Nimm eine von einem anderen Tisch. Nimm eine von einem anderen Tisch. Frage den Kellner. Frage den Kellner. Frage den Kellner. Wollen Sie Rindfleisch oder Huhn? Wollen Sie Rindfleisch oder Huhn? Wollen Sie Rindfleisch oder Huhn? Rindfleisch bitte? Rindfleisch bitte. Wie möchten Sie es? Wie möchten Sie es? Halb durchgebraten. Halb durchgebraten. Halb durchgebraten. Was ist die Pasta des Tages? Was ist die Pasta des Tages? Was ist die Pasta des Tages? Pasta mit Muscheln. Pasta mit Muscheln. Pasta mit Muscheln. Ich liebe Muscheln. Ich liebe Muscheln. Ich liebe Muscheln. Und eine Flasche Weißwein bitte. Und eine Flasche Weißwein bitte. Und eine Flasche Weißwein bitte. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich würde Sie bitten, eine Flasche Sekt zu bringen, wenn Sie mögen. Ich würde Sie bitten, eine Flasche Sekt zu bringen, wenn Sie mögen. Exzellente Wahl! Exzellente Wahl! Exzellente Wahl! Ich frage mich, ob Sie Austern haben. Ich frage mich, ob Sie Austern haben. Möchten Sie etwas mehr Eiswasser? Möchten Sie etwas mehr Eiswasser? Möchten Sie etwas mehr Eiswasser? Kann ich etwas Sprudel haben? Möchten Sie eine kleine oder große Flasche? Groß bitte! Groß bitte! Groß bitte! Genießen Sie Ihre Mahlzeit! Genießen Sie Ihre Mahlzeit sehr. Bitte lassen Sie mich wissen, ob es etwas gibt, was Sie brauchen. Was für ein schönes Restaurant! Was für ein schönes Restaurant! Der Service ist hier ausgezeichnet. Der Service ist hier ausgezeichnet. Warst du schon einmal hier? Warst du schon einmal hier? Warst du schon einmal hier? Ich komme jede Woche hierher. Ich komme jede Woche hierher. Du bist regelmäßig hier. Du bist regelmäßig hier. Vielleicht könnten wir diesen Tisch in der Ecke haben. Vielleicht könnten wir diesen Tisch in der Ecke haben. Es tut mir leid. Der Tisch ist reserviert. Es tut mir leid. Der Tisch ist reserviert. Lass uns an der Bar essen. Lass uns an der Bar essen. Natürlich! Natürlich! Bitte folgen Sie mir! Was kann ich Ihnen bringen? Was kann ich Ihnen bringen? Haben Sie Oliven? Haben Sie Oliven? Es tut mir leid. Wir haben keine Oliven. Es tut mir leid. Wir haben keine Oliven. Wir haben keine Oliven. Bringen Sie uns ein paar Nüsse. Können wir an der Bar essen? Können wir an der Bar essen? Ja, sicher! Ja, sicher! Lass uns hier an der Ecke sitzen. Lass uns hier an der Ecke sitzen. Essen an der Bar macht Spaß. Essen an der Bar macht Spaß. Der Service ist viel schneller. Lass uns eine Flasche Wein bestellen. Lass uns eine Flasche Wein bestellen. Möchten Sie die Weinkarte sehen? Möchten Sie die Weinkarte sehen? Ich brauche die Karte nicht zu sehen. Ich brauche die Karte nicht zu sehen. Rot oder Weißwein? Rot oder Weißwein? Lassen Sie uns mit einem Weißwein beginnen. Lassen Sie uns mit einem Weißwein beginnen. Sprudelig oder still? Sprudelig oder still? Sprudelig oder still? Mit Sprudel. Mit Sprudel. Das ist ein guter Beginn des Essens. Das ist ein guter Beginn des Essens. Ich bin sehr hungrig. Ich bin sehr hungrig. Bestell was du willst. Bestell was du willst. Ich werde das ganze Menü bestellen. Ich werde das ganze Menü bestellen. Wie wäre es mit Schnitzel? Wie wäre es mit Schnitzel? Mit Käse? Mit Käse? Du kannst nach Käse fragen. Du kannst nach Käse fragen. Käse ist gut auf allem. Käse ist gut auf allem. Pass auf, dass du Platz für den Nachtisch hast. Pass auf, dass du Platz für den Nachtisch hast. Ich habe immer Platz für den Nachtisch. Du isst viel. Du isst viel. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Magst du Spargel? Magst du Spargel? Magst du Spargel? Ja, ich mag die Farbe. Ja, ich mag die Farbe. Haben Sie Spargel mit etwas Butter? Haben Sie Spargel mit etwas Butter? Wir haben Spargel und Pilze. Wir haben Spargel und Pilze. Wollen Sie einen Schnaps? Wollen Sie einen Schnaps? Wollen Sie einen Schnaps? Schnaps ist sehr stark. Schnaps ist sehr stark. Ich werde betrunken sein. Ich werde betrunken sein. Ich werde betrunken sein. Trink nicht zu viel. Trink nicht zu viel. Trink nicht zu viel. Das Essen ist viel besser in Europa. Das Essen ist viel besser in Europa. Ich mag amerikanisches Essen. Ich mag alle Arten von Lebensmitteln. Ich mag alle Arten von Lebensmitteln. Du bist eine Fressmaschine. Du bist eine Fressmaschine. Du bist eine Fressmaschine. Ich könnte alles auf der Speisekarte essen. Ich könnte alles auf der Speisekarte essen. Wie bleibst du so schlank? Wie bleibst du so schlank? Ich mache viel Sport. Ich mache viel Sport. Ich schlafe gern. Ich schlafe gern. Ich schlafe gern. Die Erbsensuppe ist sehr gut. Die Erbsensuppe ist sehr gut. Gibt es Brot dazu? Gibt es Brot dazu? Gibt es Brot dazu? Brot und Cracker. Brot und Cracker. Das ist eine gute Kombination. Was können die Kinder essen? Was können die Kinder essen? Wie wäre es mit Nudeln mit Tomatensauce? Wie wäre es mit Nudeln mit Tomatensauce? Wie wäre es mit Nudeln mit Tomatensauce? Das wird perfekt sein. Das wird perfekt sein. Ihre Kinder sind gut erzogen. Ihre Kinder sind gut erzogen. Das Angebot ist heute Lamm. Das Angebot ist heute Lamm. Das hört sich lecker an. Das hört sich lecker an. Es kommt mit etwas Pasta. Es kommt mit etwas Pasta. Es kommt mit etwas Pasta. Welche Art von Soße? Welche Art von Soße? Welche Art von Soße? Ich möchte etwas Reis zu essen. Ich möchte etwas Reis zu essen. Es gibt ein chinesisches Restaurant die Straße runter. Es gibt ein chinesisches Restaurant die Straße runter. Es gibt ein chinesisches Restaurant die Straße runter. Lass uns gehen! Lass uns gehen! Ich mag chinesisches Essen. Ich mag chinesisches Essen. Ich mag das italienische Essen am liebsten. Ich mag das italienische Essen am liebsten. Ich mag österreichisches Essen. Ich mag österreichisches Essen. Ich mag österreichisches Essen. Was ist ein österreichisches Gericht? Was ist ein österreichisches Gericht? Was ist ein österreichisches Gericht? Wiener Schnitzel Wiener Schnitzel Wiener Schnitzel Was ist ein österreichisches Essen? Was ist ein österreichisches Gericht? Ich könnte Pasta dreimal am Tag essen. Ich glaube nicht, dass Pasta zum Frühstück gut isst. Was möchtest du zum Frühstück? Croissant und Kaffee Croissant und Kaffee Das ist alles Das ist alles Und etwas Schinken und Käse Und etwas Schinken und Käse Und etwas Schinken und Käse Schinken und Kaffee